Mein Name ist Burak Erez. Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn auch du dich stetig entwickeln möchtest und deiner selbst bewusster werden möchtest, bist du hier genau richtig. Selbsterkenntnis, Selbstwert und Selbstverständnis sind die Schlüsselbegriffe für den Content auf meinem Kanal. Mein Nährstoff fundiertes Wissen. Denn nur wer sich seiner selbst und den Dynamiken der Umwelt und der Gesellschaft bewusst wird, kann mit einem gesunden Mindset die täglichen Herausforderungen anpacken und bewältigen. Wissen in diesem Sinne ist Macht. Hierfür gibt es auf meinem Kanal jeden Freitag das Format Good2Know. Ich gebe euch Wissenswertes aus den Kategorien Wirtschaft, Philosophie, Psychologie, das Gehirn und die Wissenschaft. Kurz und kompakt. Jeden Sonntag gibt es Videos zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Aufbau eines gesunden und nachhaltigen Mindsets. Einmal im Monat stelle ich euch im Format Buch des Monats ein wegweisendes und inspirierendes Buch vor. Abonniert also diesen Kanal und geht den ersten Schritt eure Komfortzone zu verlassen, an eurer Persönlichkeit täglich zu arbeiten und begebt euch somit in die Wachstumszone. Denn genau hier geschehen die Wunder des Lebens. Lasst also Wachstum und Veränderungen zu, für mehr Selbstbewusstsein und Erfolg. ... ...